Gedichte werden gerne zentriert und nicht wie hier linksbündig formatiert. Ich klicke im linken Text in die erste Zeile und auf das Symbol zentriert. Wie zu erwarten war, hat Word die erste Zeile zentriert. Weiter geht's mit einer Frage. Passiert dasselbe, wenn ich im rechten Text das Experiment wiederhole? Wenn ich schon so frage, diesmal zentriert Word den gesamten Text und nicht nur die erste Zeile. Wie das? Warum einmal so und dann so? Zurück zum Start, wo ein Blick unter die Motorhaube Licht ins Dunkel bringen wird. Im linken Text sehen Sie nur Formatierungszeichen für Absatzschaltungen, rechts dagegen diejenigen für Zeilenschaltungen. Eine Absatzschaltung erzeugen Sie mit Enter, eine Zeilenschaltung mit Shift und Enter. Jede Absatzschaltung erzeugt einen neuen Absatz, eine Zeilenschaltung dagegen nur eine neue Zeile im selben Absatz. Daraus folgt, im linken Text ist jede Zeile ein eigenständiger Absatz, während der gesamte rechte Text aus einem einzigen Absatz besteht. Und nun zur Kehrseite der Medaille, erster Teil. Dieser Absatz ist im Blocksatz formatiert. Blocksatz in Tateinheit mit Zeilenschaltung führt dazu, dass Word den Text auf die gesamte Breite des Absatzes verteilt, was im Normalfall der Seitenbreite entspricht und fürchterlich aussieht. Um dieses Problem zu lösen, müssen Sie sich für das kleinere Übel entscheiden. Blocksatz mit Absatzschaltung oder linksbündig mit Zeilenschaltung. Teil 2 des Problems sind Listen. Der linke Text lässt sich problemlos als Liste formatieren. Beim rechten Text dagegen passiert das. Warum? Ziehen Sie in solchen Fällen am besten die Formatierungszeichen zurate. So, jetzt zur Antwort auf das Warum von eben. Aufzählungen bzw. Nummerierungen sind Absatzformate. Der linke Text besteht aus vielen Absätzen, von denen jeder einzelne ein Aufzählungszeichen erhält und zur Liste wird. Der rechte Text dagegen besteht wegen der Zeilenschaltungen aus einem einzigen Absatz, dem Word folgerichtig auch nur einen einzigen Aufzählungspunkt spendiert. Der rechte Text dagegen ist ein sehr, 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 sehr,